TÜDÜ Achso, okay, los gehts Halt, vor dir die Waffe, nimm dir die Waffe Ähhm M1911 old Vorsicht, die ist irgendwie extrem laut Ich glaub, der Hase ist am Am geplatzten Trommelfell gestorben, statt am Schuss Gehen wir direkt zu den Leichen, oder? Ja. Wo sind die? Folge mir. Gehen wir direkt an den Reihenhäusern dort. Du gehst hin, ich sichere? Äh, ja. Ich hab dich aus den Augen verloren, übrigens. Einfach durchlaufen. Ich bin jetzt an so einem kaputten Haus. Ja, lauf durch, das sind Reihenhäuser. Ah, da hinten, ja. Und wo sind da die Leichen? Ah, da, ich sehe sie. Okay, müssten zwei übereinander sein. Ich lauf jetzt einfach mal hin. Ja. La, 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 la. Ah, da ist die Feuer noch hin. La, 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 la. Oh, noch ein Alice Pack für mich. So, schmeiß mal den einen an. Coole Waffe, aber keine Munition. Oh. Der andere, was? Was? Vorsicht, der Zombie kommt. Ja. Eine Cold Python hat er. Für Muni? Oh, okay. Hm? Der war ja perfekt ausgerüstet, ey. Der erste? Also der in Tarn? Äh, weiß nicht. Oh, ich habe Rasierer, Rasierklingen gefunden. Äh, bin ich jetzt erschrocken. Neben mir stand gerade ein Typ mit einer Sniper in der Hand. Was? Jetzt ist er plötzlich weg. Äh, wie, wie, jetzt habe ich gebrochene Beine. Hä? Ich auch. Aber nur das Symbol. Ich kann weiterlaufen. Ich auch. Egal. Der Kerl hat eine Winchester im Rucksack. Die muss weg. Ähm, her damit. Und droppen. So, jetzt hier meine P90 wieder nehmen. Und das Essen nehmen. Ist da noch irgendwas, was ich aufsammeln kann, muss? Äh, ich wüsste nicht was. Okay. Essen, trinken nehme ich hier gerade mit alles. Wollen wir dann gleich mal zur Feuerwache schauen? Jo. Jetzt schaue ich bei dem einen nochmal im Rucksack. Aber der hat nichts. Okay. Weiter geht's. Oh, noch ein LS-Pack. Und nochmal Rasierer. Ne, das sind Magazine. MK2. Hier gibt's lustige Sachen. Dann ist eine kaputte Scheune und eine ganze Scheune. Und da ist eine ganze Feuerwache. Sieht inzwischen eigentlich ganz leer aus, die Ortschaft. Habe ich auch gedacht. Dann sind wir zwei gut bewaffnete Typen über den Weg laufen. So, da wächst schon mal eine Pflanze. Wunderschön. Geh halt. Ein kleiner Rucksack. Ein kleiner Rucksack. Nichts. Ich glaube, hier liegt eine Leiche auf dem Dach. Meinst du? Hört sich so an. Aber ich würde jetzt nicht gerne hochklettern wollen. Ich schau mal hoch. Okay. Und ich sicher die Gegend. Eine Kuh. Ein Zombie. Ein Zombie. Da hinten kommt noch eine Ortschaft. Mal kurz durchs Fernglas schauen. Wie ist dein Haus? Mal kurz durchs Fernglas schauen. Oh, das gefällt mir. Da stehen so, Achtung, Radioaktivschilder und so. Da müssen wir hin. Oben liegt keiner. Aber vom Dach kommen die Fliegen. Ja. Ja, auf dem Turmdach schon geschaut? Ja. Da ist nichts. Da ist Hambüren. Sprich, nächste Ortschaft? Ja. Wenn mich die Leiter runterlässt. Sieht sehr interessant aus. Ich gehe schon mal ein Stückchen. Auf der Straße? Ja, nahe der Straße. Links von der Straße. In der Wiese laufe ich. Ah, da. Hier scheinen mir die Zombies... Denken hast du, ja? Ja. Hier scheinen mir die Zombies auch überall zu spawnen. Find ich gut. Und wenn ich mich jetzt richtig orientiere und wir in Hambüren waren, dann ist das jetzt Öffel-Gönne oder Offel-Gönne. Ockenhöfe. Okay. Kann aber auch sein, dass ich mich komplett täusche. Ja, nicht, dass es Montehofo ist. Dann haben wir halt verloren, ne? Dann haben wir irgendwie die Map gewechselt auszusehen. Montehofo, meine Damen und Herren. Ich mag dieses Knochenbruch-Symbol nicht. Ich auch nicht. Das verunsichert mich. Vor allem verunsichert es mich, weil... Weil ganz kurz neben mir ein Spieler mit einer Sniper stand und dann weg war und plötzlich habe ich gebrochene Beine oder zumindest das Symbol. Ja. It is ein Hacker. Wer weiß, was da schon wieder im Busch ist. Das ist der Hase, der sich gerecht hat. So, was haben wir denn hier Feines? Nix. Na, schauen wir mal. So, das Standard-Equip, das brauche ich auch noch. Definiere. Essen, Trinken, Karte, Kompass, Streichhölzer. Da hinten ist so ein... Militärisch angehauchtes Versteck. Bei den Scheunen. Oh ja. Da möchte ich mal hinschauen dann. Da können es nicht... Da kannst du mal ein bisschen rumgucken. Ja, ja. Dass hier irgendwo jemand ist. Ich glaube, deine Großmutter ist hier. Brrrr! Da ist ein Huhn. Warum? Pass auf. Wenn meine Großmutter da ist. Ja. Was macht die? Das war noch zu Führerszeiten. Wer weiß, wie die drauf war. Eine leere Scheune. Wunderschön. Oh, ne Cherrikan! Da füllen wir Eistee rein. Yay! Ähm, ja. Weiter. Hm. Hm. Können wir dir helfen? Ey, wo ist er denn? Ach, da bist du. Da ist alles kaputt. Ah, Reinhäuser. Hm. Noch mehr Reinhäuser. Ja. Haben sie aber doch schon gut umgebaut. Ja. Da gehe ich mal eine Reihe weiter noch. Eine Reihe gleich. Ja. Na gut. Dann machst du die 5, 4 und ich die anderen 5, 4. Ich habe hier ein Alice Pack und noch ein Alice Pack. Ich habe hier ein Alice Pack und ein Jack West Pounch. Und nix und nix und nix. Ein Haus weiter. Nix. Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Bis auf Rucksäcke liegt hier wirklich nix rum. Oben spare ich mir jetzt mal. Ich habe da hinten nämlich den Supermarkt gesehen. Da sind die Türen offen. Also war ich da glaube ich schon. Ne. War ich noch nicht. Hm. Eine Crowball. Wir sind gerettet. Vorletztes Haus. Ah. Das kannst du ja vergessen. Ich gehe in den Supermarkt. Okay. Ich komme mit. Ja super. Da gibt es noch mehr. Der sieht so steril aus wie ein Krankenhaus. Echt? Oh. Hier ist ein Zelt. Ich nehme das mal. Also in meinen Reihenhäusern ist nix. Wie ich habe nicht genug Platz. Ich habe sieben Plätze frei. Heatpack darf ich nicht benutzen. Weil es nicht immer Main Inventories ist es aber. Reicht jetzt der Platz? Weil in dem Zelt kann man jetzt irgendwie schlafen und sich regenerieren. Echt? Habe ich gelesen. Und ich habe keinen Platz dafür angeblich. Nein. Nicht das Essen weglegen. In den Rucksack damit. Im Hinterraum. Hinterraum. Bei dem Zelt? Ja. Doch da. Ja da war noch ein zweites. Aber egal wie viele Sachen ich aus meinem Inventar tue. Es geht nicht. Hm. Jetzt mache ich mal alle Slots frei. Noch nicht mal jetzt. Ach so. Das muss vielleicht in den. In den Mini Slot da wo. Pistolenzeug ist. Hast du nachgeladen? Ja. Das hat sich gerade so fernab angehört. Ich habe nochmal nachgeladen. Und zwar habe ich da jetzt Orangenis anvisiert. Mach mir keine Angst. Ich habe aber vorhin auch ein Animal anvisiert. Also muss kein Spieler gewesen sein. Aber da war Blue Key und gerade war noch was anderes. Hm. Da. Yun. Unknoven. You know. Wo? Zwei Meter vor uns. Ist da ein Regenwurm oder was? Ah hier an der Straße ist diese Festung sage ich jetzt mal dazu. Wollen wir da auch mal hingehen? Schon unterwegs? Unknoven. Ich glaube in dem Zeug gibt es aber nie Loot oder? Ne. Glaube ich auch nicht. Ne. Da wird es nichts geben. Nicht. Ja, nicht. Du hattest ne Karte oder? Ja. Wo gehen möchtest du denn? Wir sind in Ovelgönne. Südwinsen wäre noch halbwegs in der Nähe. Oder das Airfield. Airfield. Okay. Mach dein Handy aus. Welches Handy? Das waren die Nachbarn. Ja klar. Die Nachbarn. Das war der Quickie von denen. Quickie Quickie. So, folge mir. Es sind auch nur zwei Kilometer zu laufen. Kann es sein, dass auf manchen Servern hier die Wegpunktmarkierung auf der Karte nichts bringt? Deaktiviert, ja. Wie schwul. Es kann serverseitig ausgeschalten sein. Wegen so'n Teil habe ich mich letztens hier verlaufen und ja, statt Flughafen war ich dann in Lachenburg. Anfänger.